Musik I'm living ist ein Begriff für unsere neue Firma. Wir haben einfach die Idee gehabt, unsere bisherige erfolgreiche Zusammenarbeit in einer gemeinsamen Firma fortzusetzen und wollen hier im Herzen von München ein Kompetenzzentrum rund um die Immobilie zu schaffen. Wir bieten dann unsere eigenen Leistungen und die Leistungen unserer exklusiven Kooperationspartner. Ja, und I'm living hat ein ganz besonderes Logo. Da steckt ganz viel Herzblut drin, ganz viel Leidenschaft. Und diese goldene römische Vier, das ist ein Symbol für die Kraft und für Tatendrang. Und ja, es steht einfach für uns. Genau, mit Kraft und Tatendrang stehen an erster Stelle und wir haben jetzt begonnen und ab nächste Woche geht's richtig los. Finden kann man uns in der Maximilianstraße 40 in München, Deutschlands beste Adresse. Sie sind herzlich willkommen, mein Name ist Juliana Gröger. Und ich freue mich auf Ihren Besuch, mein Name ist Britta Bayer. Ja, mein Name ist Christine Burmers. Ja, mein Name ist P shooting. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020